wir sind mal wieder unterwegs eine kleine montagsmorgenstour bei uns hat es gestern auch mal ein bisschen geschneid aber es taucht schon wieder viel zu warm und wir gehen heute morgen zur weidenberghütte und dann gibt es mal was anständiges zu essen das sind kaffee das ist recht neblig heute morgen aber richtig winterlich wir melden uns wieder von unterwegs das war mir nur zwei dass man rauskommt gut die zählten nass kalt aber sieht schon geil aus was ein bisschen schnee macht das bisschen schnee deckt das elender ganz schön zu aber es wird schon merklich wärmer ist doch was knackig kalt obwohl zu kalt was jetzt wichtig wie man dort war jetzt abend und zwar schon knackig da zieht ganz schön der nebel hoch in der zeit wo das kaffee wasser küschelt haben wir hier schon mal das fleisch geschnitten eingelegter nacken schweinlacken und das gibt nachher ein lecker essen das kaffee wasser ist gleich soweit ist gut jetzt jetzt läuft das wird mal ein schöner montagmorgen mit lecker frühstück im wald so das kaffee was das fertig das riecht so lecker ja das ist schon fein ist doch jetzt nix immer kaffee so gut wie unterwegs kann der kaffee der heimlich schmecken das stimmt das ist ja der außen kaffee wo ich immer mitgebrochen habe der ist auch gut der bringt dem alde mal bringt er die mal mit so mehr ach geil gleich der reis drauf einpäckchen über zwei ruhig denn nur eins reicht oder über zwei werden ja so viel weil wenn du sagst du hast schon jetzt so viel hunger und reicht eins reicht nur dicke was bei einer ist das bloß weil eine haschung für die beiden der ist geil wenns reist doch gerade für unterwegs ist der klasse super der hat ich früher immer hann ich mal denne sommer geholt immer auf der arbeit fahren auf der arbeit war haben sie immer solche reisen kaffee das wird schlecht zwei mitte ist zu viel das ist ja so gut auch heiß alles klar leider muss noch Zeit fahren ist auch ah oder ja gleich mal nimm ich jetzt noch nicht ein bisschen hier dran einwandfrei richtig lecker so leute essen ist fertig mediterraner reis mit nackensteeg mahlzeit der junge mann hat natürlich seinen löffel vergessen der frist mit der kelle einwandfrei so fängt die woche doch klasse an so leute die hütte alles wieder sauber wird immer nebliger und jetzt gehen wir mal wieder auf den rückweg jo war mal eine schöne kleine tour mit lecker essen und dann darf ich mich mal verabschieden für heute bis dann tschüss ein kleiner schränk sehr neblig heute morgen sehr neblig heute morgen sehr neblig heute morgen jo bis dann neblig